Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft und willkommen zu einem Video zu der Schlacht am Kurskerbogen bzw. Operationszitadelle. Und da muss ich sagen, da gibt es ja nun wirklich eine Menge drüber und wirklich viele Meinungen und viele Bücher und Leute, die da schon Vorträge gehalten haben, namhafte Historiker, die sich dann versucht haben und das ins Kleinste auseinandergefieselt haben, wer, wann, wo, wie, warum und wieso nicht. Heute wollen wir gar nicht mit diesem Anspruch daran gehen, dass wir so klein, klein, tief, tief reingehen, sondern wir wollen einfach nur mal die Leute, die sich mit dem Kursproblem, also der Operationszitadelle und dem Problem, was dabei aufgetreten ist, noch nie auseinandergesetzt haben, die wollen wir eigentlich mal abholen und sagen, sowas mal auf, das war die Situation, das sollte versucht werden, dann lief das los und dann ging das voll in die Hose. Und dann nachher, warum ist das in die Hose gegangen? Das wollen wir mal so ein bisschen beleuchten, das hat der Benni sehr schön zusammengefasst. Wir haben versucht, das so einfach wie möglich zu erklären. Wir haben den technischen Aspekt, also die technischen Aspekte der Fahrzeuge, so wie Panzer, Panther, also der Panther-Panzer, der Tiger-Panzer, der Ferdinand, das haben wir alles mal außen vor gelassen und das nicht so in technischer, epischer Breite, ich sag mal, ausgeführt in diesem Bereich. Wir machen nochmal was extra zu der Panzerschlacht bei Pokorovka, das ist ja auch immer so eine Sache, da wird immer viel drüber geredet. Da machen wir nochmal extra was. Also das ist eigentlich so ein rundum-sorglos-Paket um die Operation Zitadelle. Wir haben auf dem Kanal ja schon öfter mal bei Tagebuchberichten Leute gehabt, die in dieser Schlacht dabei waren, deswegen gibt es da auch schon so ein paar Informationen, aber dieses ist halt das rundum-sorglos-Paket. Also wer nach diesem Video nicht weiß, was Zitadelle ist, der hat nicht aufgepasst oder ist eingeschlafen. So, das mal dazu. Also ein Riesendank an den Benni, der hat das wieder toll hingekriegt und ich würde sagen, bevor wir hier noch weitere Worte verlieren, steigen wir mal ein in dieses, ich sag mal, sehr kompakte Thema, das wir versucht haben, so darzustellen, dass der Laie es auch versteht. Los geht's! Also der Kursker Frontbogen zwischen Orell und Tscharkow wurde zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt bei den Planungen zur deutschen Sommeroffensive im Jahr 1943. Die Begradigung der Ausbuchtung hätte zur Folge gehabt, dass die deutsche Front im Osten erheblich verkürzt worden wäre. Somit hätten die auf breiter Front eingesetzten Verbände weniger Boden zu verteidigen, was wiederum die Freisetzung erheblicher Truppenkontingente bedeutete. Dieser Umstand hätte zur Folge gehabt, dass die frei gewordenen Divisionen entweder zur Verstärkung der Front in exponierten Sektoren oder als Reserve hätte eingesetzt werden können. Es galt zu jenem Zeitpunkt nur als Frage der Zeit, bis die westlichen Alliierten das europäische Festland im Zuge einer groß angelegten Landungsoperation angreifen würden. Dies hat seinerzeit vor allem zweierlei Überlegungen notwendig gemacht. Erstens, jede deutsche Offensive im Osten sollte möglichst schnell eingeleitet werden, um einer Alliierten Landung zuvor zu kommen, die die Entsendung von Reserven in den Westen erzwingen würde. Zweitens, wenn die Frontlinie vor der Landung der Alliierten verkürzt werden würde, könnten die Truppen, die nicht mehr zur Besetzung der Front benötigt wurden, wären, in den Westen entsandt werden. So, wir hören jetzt schon raus, dass es viel hätte, hätte und würde und so weiter, aber wir machen mal weiter. Also obwohl die deutschen Streitkräfte im ersten Kriegsjahr eine große Zahl sowjetischer Kriegsgefangener gefangen genommen hatten, starben die meisten von ihnen im Winter 1941-1942. Die Gefangenen, die zu diesem Zeitpunkt in der deutschen Industrie oder Landwirtschaft arbeiteten, waren größtenteils 1942 in Sevastopol und Scharkow gefangen genommen worden. Die deutsche Industrie benötigte eine stetige wachsende Zahl an Kriegsgefangenen, die dafür sorgen konnten, dass mehr deutsche Arbeitskräfte für qualifiziertere Tätigkeiten oder für den Dienst bei der Wehrmacht herangezogen werden konnten. Man beschloss schließlich den Kursker Bogen zu begradigen und zwar durch eine Zangenbewegung, bei der die Heeresgruppe Mitte die Ausbuchtung von Norden her und die Heeresgruppe Süd von Süden her angreifen sollte. Der nördliche Angriff sollte von der 9. Armee, der südliche von der 4. Panzerarmee und der Armeeabteilung Kempf durchgeführt werden. Das Unternehmen hielt den Decknamen Zitadelle. Aufgrund der Verluste, die die deutschen Infanteriedivisionen im letzten Winter erlitten hatten, wurde die Zitadelle maßgeblich als Panzeroffensive geplant. Die größte Konzentration von deutschen Panzern während des gesamten Krieges sollte die sowjetischen Frontlinien schnell durchbrechen und die Ziele der Operation erreichen. Die Operation Zitadelle erschien auf den ersten Blick als relativ simpler Angriffsplan, zumal groß angelegte Zangenbewegungen bereits seit Jahren ein probates Mittel der Wehrmacht waren um Schlachten siegreich zu schlagen. Allerdings gab es ernsthafte Probleme in der zeitlichen Abstimmung der geplanten Operation. Der ursprüngliche Starttermin der Operation war auf den 1. Mai 1943 festgelegt, wurde aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben. Die Verzögerungen der Operation machten es wahrscheinlicher, dass die Sowjets die deutschen Pläne für einen Angriff auf den Kursker Bogen durchschauten. Die Sowjets wussten bereits lange vor der Durchführung der Operation genau, was die Deutschen vorhatten, da sie durch den Spionagerring Lucy Anfang April über die Planung zu Zitadelle bestens informiert worden waren und entsprechend vorausschauend planten. Deutsche Luftaufnahmen zeigten, dass die Sowjets im Kursker Bogen umfangreiche Befestigungsanlagen errichtet hatten, was ein deutlicher Hinweis darauf war, dass ein Angriff in diesem Gebiet erwartet werden würde und sich dieser gegen gut vorbereitete Verteidigungsanlagen in einer Tiefe von etwa 20 Kilometern stemmen müsste. Dies wurde Hitler am 27. April durch den Befehlshaber der 9. Armee Walter Modell mitgeteilt. Modell schätzte, dass es 6 Tage schwere Kämpfe brauchen würde, um die Verteidigungsanlagen im Nordsektor zu durchbrechen. Das war genauso lange, wie die Heeresgruppe Mitte ursprünglich für den Vormarsch bis Kursk veranschlagt hatte. Hitler beschloss die Offensive auf den 12. Juni zu verschieben, da zu diesem Zeitpunkt neue Panzer zur Verfügung standen, die den Durchbruch wahrscheinlich wesentlich erleichtern würden. Aufgrund weiterer Verzögerungen in der Produktion wurde der endgültige Termin schlussendlich auf den 5. Juli verschoben. Die mehrfache Verschiebung des Termins für die Vibration sollte die Schlagkraft der verschiedenen deutschen Einheiten, die die Zitadelle ausführen sollten, erhöhen. Die Verzögerung verschaffte den Sowjets jedoch mehr Zeit für den Bau von Befestigungen und die Verstärkung ihrer eigenen Kräfte in der Region. Die deutsche Produktion von gepanzerten Fahrzeugen war dank Speer und Guderian gestiegen und im Juli verfügten die deutschen Armeen im Osten über rund 2.900 Panzer, Selbstfallerfetten und Panzerjäger für die Kursk-Offensive. Im Durchschnitt verfügte jede Division über etwa 100 bis 130 Panzer. Bei den meisten Panzerdivisionen lag dieser Durchschnitt jedoch wesentlich niedriger, wahrscheinlich zwischen 70 und 80. Im Gegensatz dazu hatten die Waffen-SS-Division und die Division Großdeutschland im Durchschnitt über 160 bis 170 Panzer, was die durchschnittlichen Werte zugunsten der übrigen Verbände verzerrte. Die Panzerdivisionen hatten eine Mannstärke von 10.000 bis 11.000 Mann und nicht wie vorgesehen 13.000 bis 17.000 Mann. 1941 hatte Deutschland bei der Operation Baurossa auf einer Front von 1.500 Kilometern 3.350 Panzer eingesetzt. Bei der Zitadelle sollte nur eine etwas geringere Zahl auf eine Front von 100 Kilometern zum Einsatz kommen. Diese Truppenkonzentration, die 63% aller Panzerpanzer an der Ostfront ausmachte, war nur durch die Herabsetzung der Prioritäten in allen anderen Sektoren im Osten möglich geworden. Das OKH und die Befehlshaber des Heeres erkannten, dass selbst die massive Konzentration deutscher Einheiten nicht dazu führen würde, den Sowjets personell überlegen zu sein. Die meisten für diese Operation zur Verfügung stehenden Panzer waren Panzer III oder Panzer IV. Ein nicht unbeachtlicher Anteil bestand jedoch aus ebenso neu eingeführten Panzermodellen wie dem Panzer V Panther und dem Panzer VI Tiger, aber auch dem Panzerjäger Ferdinand. Der Tiger war bereits an der Ostfront eingesetzt worden und genoss bei der Truppe einen guten Ruf. Er war mit einem relativ großen Kaliber ausgestattet und konnte gegnerische Panzer zuverlässig bekämpfen, lange bevor sie in der Lage waren die Distanz derart zu verringern, dass sie die Frontpanzerung des Tigers beschädigen konnten. Der Tiger war jedoch sehr kostspielig in der Herstellung und für die Citadelle standen nur etwa 60 Stück zur Verfügung. Der Panther war als Gegenstück zum sowjetischen T-34 konzipiert worden und verfügte über eine Schrägpanzerung sowie eine Hochgeschwindigkeitskanone, die den T-34 auf 2000 Meter ausschalten konnte. Die starke Panzerung des Panthers hatte ebenso zur Folge, dass jeder sowjetische Panzer zunächst äußerst nah herankommen musste, bevor die Frontpanzerung des Panthers durchschlagen werden konnte. Für Citadelle standen etwa 200 Panther zur Verfügung, sie kamen direkt aus den Fabriken und waren noch nicht ausgiebig getestet worden. Der Ferdinand war ein turmloser Panzerjäger, der mit einer noch größeren Kanone als der Tiger und einer stärkeren Frontpanzerung ausgestattet war, was das Gewicht des Fahrzeuges sehr hoch und die Mobilität zum Problem machte. Außerdem fehlte ein Maschinengewehr für die Abwehr sich herannahender Infanterie. Obwohl einige der für Citadelle zur Verfügung stehenden Einheiten zu den Besten der Wehrmacht gehörten, war die Wirksamkeit auf dem Schlachtfeld selbst dieser Einheiten fraglich. Das So der SS-Panzerkorps, das bei der Scharkow-Offensive eine so zentrale Rolle spielte, hatte rund 11.519 Gefalle zu verzeichnen. Obwohl die SS-Division in aller Regel die besten Rekruten und das beste Material erhielten, war es schwierig die gut ausgebildeten Freiwilligen, die das Rückgrat der Division bildeten, in so kurzer Zeit zu ersetzen. Die herangeführten Kräfte zur Auffüllung waren größtenteils aus Teilen des Heeres oder der Luftwaffe abkommandiert worden oder aus besetzten Ländern wie den Niederlanden oder Dänemark rekrutiert. Ein weiteres Beispiel ist der Zustand der Neuen Armee von Modell, die bei der Operations Citadelle eine zentrale Rolle spielen sollte. Die Neunte Armee hatte 1942-1943 einen harten Winter im Reserv-Sektor hinter sich und große Verluste erlitten. Im Mai wurden nur etwa 21% der Verluste durch Ersatztruppen ergänzt. Modells Armee verfügte über zu wenig Lastwagen und hatte daher Probleme mit der Mobilität. Der größte Teil der Artillerie bestand außerdem aus erbeuteten französischen oder sowjetischen Geschützen von zweifelhafter Qualität. Außerdem fehlte es der Armee an Infanterie für die vorderste Front und an Pionieren. Vor allem Pioniere und Artillerie spielten jedoch eine entscheidende und äußerst wichtige Rolle, wenn die geplante deutsche Offensive gegen ein stark befestigtes Gebiet geführt werden sollte. So, dann kommen wir mal zu dem wichtigsten Teil, quasi die Durchführung. So, als Citadelle am 5. Juli 1943 begann, nahmen etwa 777.000 deutsche Soldaten an dem Zangenangriff auf die Kursker Frontbogen teil. Dies umfasste sämtliche Truppenverbände, die das deutsche Heer im Jahr 1943 aufbieten konnte. Somit waren keine Reserve für den Fall vorgesehen, dass das Unternehmen scheitern würde und sowjetische Gegenangriffe abgewehrt werden müssten. Weiterhin standen etwa 2.900 Panzer zur Verfügung und über 7.500 Artillerie-Geschütze sowie 1.800 Flugzeuge. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite der Medaille an. Die Wehrmacht sah sich fast zwei Millionen sowjetischen Soldaten gegenüber, die über 5.000 Panzer und Selbstverlauf hatten, 30.000 Artillerie-Geschütze und Mörser sowie etwa 3.500 Flugzeuge verfügten. Insbesondere der vorhergesehene Einsatz der neuen Panzer V Panther, welcher räumlich begrenzt signifikante Erfolge einbringen sollte, war aufgrund technischer Komplikationen während des Einsatzes enttäuschend. Vor Beginn des deutschen Angriffes starteten die Sowjets ein massives präventives Artillerie-Bombonnement, da sie den genauen Zeitpunkt des Beginns der deutschen Offensive kannten. Dies hatte unterschiedliche, zum Teil massive Auswirkungen, denn es führte zu Störungen der Kommunikation und Organisation bei den aufmarschierenden deutschen Einheiten, die sich für den Beginn ihres eigenen Angriffes koordinieren mussten. Als der Angriff begann, wurden die deutschen Befehlshaber, die aufgrund der massiven Bündelung der Kräfte mit einem schnellen Durchstoß hinter die feindlichen Linien gerechnet hatten, aufgrund der schieren Masse an Verteidigern, gut ausgebauten, gestaffelten Stellungen in der Tiefe des Raumes und riesigen Minenfeldern enttäuscht. Trotz der zahlreichen Biedrigkeiten gelang es der Wehrmacht im Süden des Frontbogens, die erste Linie der sowjetischen Befestigung zu durchbrechen und auf die zweite Verteidigungslinie zu stoßen. Im Norden kam die 9. Armee angesichts der massiven Verteidigung der Sowjets noch verhältnismäßig gut gegen die feindlichen Verteidigungsanlagen voran und hatte am Ende des Tages zumindest ein wenig Boden gewonnen. Insgesamt hatte der südliche Teil des deutschen Angriffes besser abgeschnitten und war weiter in die sowjetischen Stellung vorgedrungen. Die Sowjets bereiteten für den nächsten Tag Gegenangriffe mit 600 Panzern gegen die 9. Armee vor. Am zweiten Tag der Offensive besuchte Modl ein Panzerkorps und erfuhr, dass der Angriff in Stocken geraten war und nicht in der geplanten Form weitergehen konnte. Das benachbarte Panzerkorps meldete ebenfalls extrem schweren Widerstand und feindliche Gegenangriffe mit einem massierten Einsatz an Panzern. Diese Umstände zwangen das Korps zu einer defensiven Haltung und obwohl es angewiesen wurde seine Angriffe fortzusetzen konnte es aufgrund der hohen Verluste an Menschen und Material nicht weiter vorrücken. Der deutsche Angriff im Norden war bereits am zweiten Tag deutlich in Stocken geraten und obwohl die Kämpfe im nördlichen Teil der Ausbuchtung weitergingen verschob sich die Frontlinie nach dem 6. Juli nicht mehr wesentlich. Somit war der Erfolg des Unternehmens Titadelle nun davon abhängig, ob der südliche Teil der Offensive einen entscheidenden Durchbruch schaffen würde. Im Süden dauerten indes die Kämpfe noch mehrere Tage an. Die deutschen Truppen konnten sich allmählich vorarbeiten obwohl die Sowjets mit einer großen Zahl an Truppen stetig zum Gegenangriff übergingen. Die deutsche Führung hatte die Ostoffensive zu lange aufgeschoben. Am 10. Juli landeten die Westalliierten schließlich auf Sizilien. Hitler, das OKW und das UKH beschlossen, dass zu diesem Zeitpunkt keine Ressourcen von der Ostfront abgezogen werden konnten um die Alliierten in Süditalien zu bekämpfen. Am 11. Juli gelang schließlich der Division Großdeutschland ein bedeutender Durchbruch. Es folgte das 2. SS-Panzerkorps, dem es gelang die dritte und letzte sowjetische Verteidigungslinie unmittelbar südlich der Stadt Prokhorovka zu durchbrechen. Sofern die Stadt an die deutschen Angreifer fallen würde, wäre eine strategisch günstige Ausgangslage auf einen Angriff in Richtung Kurs geschaffen worden. Dies beunruhigte die sowjetische Führung, die daraufhin die letzten großen Reserven, also die 5. Panzerarmee mit 800 Panzern mobilisierte. Am 12. Juli begannen die Deutschen und die Sowjets gleichzeitig mit dem Vormarsch, sodass die Deutschen und die sowjetischen Angriffsspitzen bei Prokhorovka aufeinandertrafen. Dies führte zu einer Panzerschlacht die den ganzen Tag andauerte. Etwa 400 sowjetische Panzer standen den etwa 200 Panzern von 2 SS-Divisionen gegenüber. Die weiteren Kämpfe am Kurs gebogen waren durch Massenangriffe der Sowjets gekennzeichnet, die zu hohen Verlusten an Menschen und Material führten. Den Sowjets war es gelungen, den deutschen Vormarsch auf Prokhorovka aufzuhalten. Sie hatten jedoch schwere Verluste. Am Ende des Tages hatten die Deutschen etwa 300 sowjetische Panzer zerstört oder erbeutet, während sie selbst 55 Panzer verloren, von denen viele repariert und wieder in Betrieb genommen werden konnten. Prokhorovka bekennzeichnete zugleich den tiefsten Vorstoß der deutschen Truppen in Richtung Kursk. Bereits am 11 Juli meldete die 2. Panzerarmee um Orel Angriffe der Sowjets und am 12 Juli starteten die Sowjets eine Großoffensive. Den sowjetischen Einheiten gelang es die Front der 2. Panzerarmee aufzuspalten und Modell hatte nur 2 Divisionen in Reserve, um zu versuchen den Durchbruch zu verhindern. Die Heeresgruppe Mitte forderte zu diesem Zeitpunkt den Abbruch der Offensive, aber Mahnstein überzeugte Hitler, dass die 9. Armee dort bleiben sollte, wo sie war, um im Süden den Durchbruch nach Kurs zu ermöglichen. Modells Armee hielt ihre Geländegewinne bis zum 15. Juli, bis schließlich frische sowjetische Verbände gegen die 9. Armee vorgingen. Modell zog sich in der Nacht auf die Ausgangsstellung zurück. Mahnsteins Operation im Süden dauerte bis zum 17. Juli an. An jedem Tag im Juli 1943 erfolgte ein sowjetischer Angriff gegen die deutsche 6. Armee, die entlang des Klosses Mios im Donnersbecken stationiert war. Mahnstein musste seine Division zurückziehen und nach Süden verlegen, um der sowjetischen Offensive Einhalt zu gebieten. Tja, das war schon heikel und natürlich schwierig. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Schlacht dann final ausgegangen ist. Die deutsche Sommeroffensive von 1943 kann eindeutig als gescheitert betrachtet werden. Die deutsche Armee war nicht annähernd in der Lage, den Kursker Frontbogen einzukesseln und aufzureiben. Die erheblichen Verluste konnten in naher Zukunft kaum besetzt werden. Die Wehrmacht hatte etwa 56.000 Mann und rund 280 Panzer an Verlusten zu beklagen, die völlig zerstört oder erbeutet waren. Mehrere weitere deutsche Panzer waren beschädigt worden, konnten aber wieder instand gesetzt werden. Das Problem für die Wehrmacht bestand darin, dass die Sowjets je nach Zitadelle keine Erholungspause gönnten. Zwar waren die sowjetischen Verluste weitaus größer, die Verluste betrugen 177.000 Mann und fast 2.000 Panzer, die Sowjets verfügten jedoch noch über frische Reserven, die bei den Kämpfen um Kurs nicht wesentlich eingesetzt worden waren. Bei der sowjetischen Offensive gegen die 2. Panzerarmee um Orel kam es zu schweren Kämpfen, in die auch die 9. Armee eingreifen musste um einen Durchbruch zu verhindern. Die beiden deutschen Verbände hielten den Vorposten von Orel den ganzen Juli hindurch und räumten Orel erst am 18. August 1943. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden deutschen Armeen weitere 89.000 Mann verloren. Die Rote Armee verlor bei den Kämpfen um Orel weitere 433.000 Mann sowie 2.600 Panzer. Also ich sage mal so, ich rede die Zahlen hier einfach so runter, was dahinter steckt. Also an Mensch und Material, vor allen Dingen an Mensch. Ich meine 433.000 Mann mal eben in der Offensive verheizt. Also die Sowjets haben sich da wohl überhaupt gar keine Gedanken um Leute gemacht. Die hatten wahrscheinlich genug. Aber gut, ich will das jetzt hier nicht bewerten. Wir wollen es ja vortragen. Gut, weiter im Text. Der sowjetische Angriff entlang des Flusses Mius war zunächst erfolgreich. Der Mius wurde von der nur schwach ausgestatteten 6. Armee gehalten, die lediglich über eine einzige Panzergrenadierdivision als mobile Reserve verfügte. Der Mius war auch keine ideale Verteidigungsstellung. Der Fluss war flach und nur etwa 45 Meter breit. Die Sowjets errichteten relativ schnell Brückenköpfe, welche erst am 30. Juli durch einen deutschen Gegenangriff mit starken Panzerverbänden angegriffen werden konnte und den Sowjets erneut schwere Verluste zugefügt hat. Es war aber die Wehrmacht immer noch in der Lage die Sowjets zurückzudrängen, sofern starke Panzerverbände konzentriert eingesetzt werden konnten. Das Problem bestand jedoch darin, dass die Sowjets auf der ganzen Front angriffen und die deutsche Führung ihre wenigen Panzerverbände von Ort zu Ort delegieren musste, um jeder Bedrohung entsprechend zu begegnen. Also Feuerwehreinsatz. Die Alliierten machten auch auf Sizilien Fortschritte und am 25. Juli wurde schließlich Mussolini gefangen genommen. Daraufhin beschloss Hitler eine SS-Panzerdivision an den italienischen Kriegsschauplatz zu entsenden. Die deutschen Verluste in der Heeresgruppe Süd stiegen schließlich auf 133.000 Mann. Die deutschen Lanzer befanden sich von nun an in einer Situation an der Ostfront, in der die Rote Armee die Initiative übernommen hatte und beständig Angriffe auf breiter Front durchführen konnte, die es von der Wehrmacht zu verteidigen galt. So, jetzt haben wir ja nun schon alles Mögliche gehört, jetzt müssen wir uns aber noch mal einzeln mit den Gründen für das Scheitern der Operation befassen. Also, während die Befehlshaber im Norden des Kursker Bogens wie General Hoth bei der anfänglichen Durchführung von Zitadelle durchweg sehr optimistisch im Hinblick auf einen erfolgreichen Ausgang des Unternehmens waren, so ließ sich ein derartiger Enthusiasmus bei den Kommandeuren der Kräfte im Süden nicht identifizieren. Bei einer Besprechung am 11. Juli beschrieb General Kempf, wie die 19. Panzerdivision sehr schwere Verluste erlitten hat. Unter den Gefallen und Verwundeten waren drei Regimentskommandeure. Kempf wurde daraufhin mangelnde Erfahrung in der Führung von Panzern attestiert. Mahnstein stellte fest, dass General Kempf gänzlich zu schwach in der Führung gewesen sei. Darauf erwiderte Kempf, dass das Problem eher darin bestand, dass die Truppe durch die bereits zuvor erlittenen schweren Verluste in ihrer Einsatzfähigkeit zu sehr geschwächt gewesen sei. Diese Kontroverse ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die Befehlshaber im Hinterland die tatsächlichen Auswirkungen der anhaltenden schweren Gefechte auf die Einheiten an der Front nicht wahrnahmen. Auch Mode war im Gegensatz zu Mahnstein früh der Überzeugung, dass weitere Angriffe aussichtlos waren. Mahnsteins Einschätzungen der stockende Vormarsch läge an der mangelhaften Führung einzelner Generäle, waren bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Schlacht realitätsfern. Aus der Kommunikation zwischen verschiedenen Generälen während Zitadelle geht hervor, dass die vorhandenen Kräfte nicht ausreichen, um die Ziele der Offensive zu erreichen. Dies wurde jedoch offenbar von einer Gruppe innerhalb der Generalität schlicht ausgeblendet. So geht aus einem Gespräch zwischen Mahnstein und Zeitzler vom 11. Juli 1943 hervor, dass Mahnstein die von General Kempf vorgebrachten Bedenken als Jammern abtat. Die hohen Verluste bei der Infanterie hatten zwei wichtige Konsequenzen. Die deutschen Panzereinheiten mussten zum Schutz der Flanken des Vormarsches eingesetzt werden und zwar in statischen Funktionen, die besser von Infanterieeinheiten übernommen werden sollten. Die zweite Folge war, dass diese Panzereinheiten nicht als Speerspitze für einen weiteren Vorstoß zur Verfügung standen. Dies hatte zur Folge, dass die deutschen Angriffsspitzen immer kleiner wurden je weiter sie vorrückten. In mehreren Gesprächen zwischen Mahnstein und dem Oberkommando ging es um den Mangel an verfügbaren Kräften und darum, dass man entweder Verbände von den Flanken abziehen oder weitere Verstärkungen anfordern müsste. Ein Beispiel hierfür ist ein Telegramm, das von Mahnstein am 12. Juli an das Oberkommando geschickt worden war. Er erwähnte zunächst folgendes. Punkt Punkt Punkt. Der Feind in großer Stärke angegriffen hat, aber mit schweren Verlusten zurückgeschlagen worden ist. Angriff an der Ostflanke wurde mit Hilfe des dritten Panzerkors abgewehrt. Ein Abzug dieses Korps von der Flanke zur Unterstützung des Vormarsches nach Norden, wie früher vorgeschlagen ist nicht mehr möglich. Alle feindlichen Angriffe wurden unter schweren Verlusten zurückgeschlagen. Es fehlt an Infanterie zur Deckung der Flanken traurig, Panzereinheiten zur Deckung einsetzen zu müssen. Mahnstein zeigte sich weiterhin optimistisch, dass der Angriff nach Norden fortgesetzt werden konnte und nannte Einzelheiten. Er deutete an, dass er dazu ein zusätzliches Panzerkorps benötigen würde, zusätzlich zu dem 24. Panzerkorps, das er in Reserve hielt und das nur vorgezogen werden musste. Mahnsteins Telegramm zeigt, dass die Truppenteile, die für die Unternehmenszitadelle zur Verfügung standen, eindeutig unterbesetzt waren. Die deutschen Kräfte, die im Rahmen der Kampfhandlung eingesetzt worden waren, wurden nicht aufgrund unvorhersehbarer Verluste durch die Sowjets in Bedrängnis gebracht. Die Planungen hinsichtlich der Angriffsoperationen gingen gewissermaßen von Laborbedingungen aus und kalkulierten keinerlei feindlichen Widerstand ein. Die Kommunikation zwischen von Mahnstein und der 6. Armee, die am Fluss Mius Stellung bezogen hatte, führte abermals die Materialknappheit vor Augen. Am 11. Juli teilte der Chef der 6. Armee Mahnstein mit, dass der Feind jederzeit angreifen kann, was Mahnstein am nächsten Tag an entsprechender Stelle an Zeitzler weitergab. Die Reaktion hierauf, Zeitzler antwortete, dass das Oberkommando nach Überprüfung der Lage und des Bestandes jener Panzer, die der 6. Armee zur Verfügung stehen, beschlossen habe eine zusätzliche Abteilung Sturmgeschütze zur Unterstützung bereitzustellen. In einem weiteren Telegramm des Oberkommandos wird weiterhin eine Lieferung von 36 PAK 43 erwähnt, die an die 6. Armee geliefert werden sollten, um deren Panzerabwehrfähigkeit zu verstärken. Die 6. Armee war zu diesem Zeitpunkt von einer groß angelegten sowjetischen Offensive bedroht, die mehrere Armeen umfasste und das Oberkommando hatte lediglich beschlossen 30 bis 40 Sturmgeschütze und 36 Panzerabwehrkanonen zur Verfügung zu stellen. Die Landung der Alliierten auf Sizilien spielte bei der Entscheidung die Operationssitale abzubrechen, nachweislich eine nur untergeordnete Rolle. Mahnstein führte diesbezüglich aus, der Führer hat die Lage auf Sizilien geschildert, die Italiener kapitulieren in Scharen. Deshalb wird es notwendig sein Truppen von der Ostfront abzuziehen und sie auf den Balkan zu schicken. Mahnsteins Ausführungen zeigten in keiner Weise ein Bild, dass es mit der Entsendung von Truppen nach Sizilien eilig war. Es war einfach etwas, das irgendwann getan werden musste. Am 10. Juli hatten das OKW und Hitler beschlossen, dass keine zusätzlichen Kräfte aus dem Osten nach Italien entsandt werden sollten. Dies wird durch ein Telegramm Mahnsteins an den Chef der 1. Panzerarmee deutlich, in dem er erklärt, dass der Abbruch von Zitadelle auf die Angriffe gegen die Heeresgruppe Mitte um Orell zurückzuführen sei. Sizilien wurde mit keinem Wort erwähnt. Ok, jetzt werden wir mit dem Angebot auf die Angriffe gegen die Heeresgruppe Mitte um Rebutung auf die Angriffe gegen die Heeresgruppe Mitte umbauen. Jetzt wird der Absatz von Dr. Kürtel, die in die Heeresgruppe Mitte umbauen. Vielen Dank.